Peter Klaas, Stillleben mit Römer, 1637. Das Stillleben mit Römer, datiert 1637, von Peter Klaas zählt zu den Hauptwerken unserer erstklassigen Werkgruppe aus Hollands goldenem Zeitalter. Der Meister des monochromen Bankettstücks war einer der einflussreichsten niederländischen Stilllebenmaler überhaupt. Mit seiner sorgfältigen Farbwahl hielt Klaas Oberflächen und Materialien von Textil, Geschirr und Speisen so differenziert und naturgetreu fest, dass sie gleichsam zum Zugreifen einladen. Im niederländischen Barock war der Aspekt des Tromploi, der Täuschung des Auges, bedeutsam. Die Stilllebenmaler überboten sich in der illusionistischen Darstellung der Motive. So zeugen bei Klaas Tafelbild die knusprigen Brotkrumen und das glänzende Fruchtfleisch der Zitrone von ihrer Frische und das über die Tischkante hinausragende Messer, wie der Silberlöffel in der angeschnittenen Pastete, laden uns geradezu zum Essen ein. Den Ehrgeiz der Künstler darf man im Kontext der empirischen Erforschung der Welt und namentlich der optischen Wissenschaften sehen. Zur Kunstfertigkeit und Illusion tragen auch die Lichtreflektionen und Spiegelungen bei, welche die Malerei von Peter Klaas in besonderem Maße auszeichnen und die zugleich den Raum außerhalb der Darstellung ins Bild bringen, wie beispielsweise die Spiegelung des Fensterkreuzes im Trinkglas. Ein Leitmotiv holländischer Stilllebenmalerei ist die Zitrone, die oftmals kunstvoll angeschält eine perfekte Imitation ihrer haptischen Oberfläche bietet und ein Sinnbild der Mäßigung darstellt. Christliche Symbole wie Wein und Brot lassen sich als Hinweis auf das Abendmahl deuten, die halbverzehrten Speisen und umgekippten Prunkgefäße verweisen auf die Vergänglichkeit alles Irdischen. Sie verleihen dem Tafelbild eine moralisch-religiöse Sinnebene. Das Stillleben mit Römer steht exemplarisch für den künstlerischen Höhepunkt und die kulturelle Blüte im niederländischen Barock.